Am Ende angelangt. Weiß nicht, habe ich noch einen für euch mit hier? Och ja, der ist ja süß. Der ist ja süß. In einer Psychiatrie fragt ein Journalist den Arzt. Wie erkennen Sie, ob jemand mental krank ist oder nicht? Der Arzt sagt, ja nun, wir füllen eine Badewanne mit Wasser und dann geben wir dem Patienten einen Teelöffel, ein Glas und einen Eimer. Wir fordern ihn auf, die Wanne zu leeren. Der Journalist, oh klar, eine normale Person nimmt ja den Eimer, weil der am größten ist. Der Arzt sagt, nein, eine normale Person zieht den Stöpsel, ohne die Wanne zu leeren. Und dann sagt er zum Journalisten, gehen Sie bitte zu Bett Nummer 39. Wir werden Ihren Fall genauer untersuchen.